Oh, mehr nicht? Was ist, wenn ich jetzt die Einkäufe fallen lasse? Ich glaube, dann gibt es Schläge. Dann holt ihr da ein Messer raus und dann sind wir erledigt. Besser. Besser ruhig. Sie sind so aufgeregt seit heute Morgen. Ich konnte Sie im Supermarkt kaum wendigen. Wie war dein Tag? Ist die Arbeit gut gelaufen? Arbeit? Ah. Nicht wirklich. Ich habe es irgendwie nicht richtig hingekriegt. Hoffentlich habe ich noch eine Eingebung. Nächsten Monat sollen die Pläne beim Kunden sein. Ich habe noch tausend Sachen zu tun. Ich werde nie fertig, bis Jasons Freunde kommen. Hilfst du mir bitte? Die Dessertteller sind im Wohnzimmerschrank. Kein Problem, ich mache das schon. Okay. Mission. Dessertteller im Wohnzimmerschrank. Was zum Teufel ist hier der Wohnzimmerschrank? Hey, Ethan. Ich dachte, du würdest dich um die Teller kümmern. Hab ich vergessen. Im Wohnzimmerschrank, ja? Ah, sag ich doch da. Ja, Sie haben sich seit vorhin nicht bewegt. Die Tür klemmt immer. Du musst festziehen. Okay. Hm. Ruck. Das ist das Set von meiner Mutter. Pass auf, okay? Keine Angst. Ich will ja schließlich auf keinen Fall Ärger mit deiner Mutter kriegen. Okay. Teller verteilen. Wow. Hey, Ethan. Du hast gesagt, du passt auf. Tut mir leid. Ich passe besser auf. Okay, wir hätten das langsam ausführen müssen. Langsam. Zeit. Lupe. Okay. Wir wollen keinen Ärger bekommen. Nicht heute. Ein Teller noch. Wir holen uns unsere nächste Mission ab. Gucken, was der Auftraggeber zu sagen hat. Ethan? Ich hab das heute noch nicht gesagt, Mrs. Maas. Ich finde sie sehr attraktiv. Sie sind auch nicht schlecht, Mr. Maas. Oh, yeah. Wie? Das ist aber blöd. Ich hätte wahrscheinlich alle Tasten gedrückt halten müssen. Jason ist glücklich. Ja. Kaum zu glauben, dass er heute 10 wird. Mir kommt das so vor, als hätten wir erst gestern in der Schule geflirtet. Wir werden alt, Ethan. Kann ich dir vielleicht helfen? Nein, danke. Hast du schon das Geschenk für Jason? Ja, ich hab es heute Morgen im Laden gekauft. Ach, wir hatten Glück. Es gab nur noch das eine. Wann kommen Jasons Freunde? Ähm, so um zwei. Gott, ich hoffe, ich behalte sie unter Kontrolle. Nicht wie letztes Jahr. Ach ja, sicher. Gehen wir erstmal die Kleinen draußen ärgern. Naja, das war die andere Seite. Das war's. Dann legen wir los. Hey, fünf Minuten, okay? Danach müssen wir essen. Eure Freunde kommen bald. Okay, versprochen, Mama. Okay, wir müssen uns entscheiden. Das ist aber fies. Okay, er zuerst. Nicht fallen lassen. Holy shit. Komm, wir schmeißen ihn da drüben in den Kübel rein. Ah, wir steuern mit der Sache hier. Wow. Sag, wir knallen irgendwo gegen. Nehmen wir ihn mit. Okay. Langsam. Okay, dann machen wir den Helikopter und kreisen wie bekloppt. Jetzt lass ihn los. Aber ich muss weiter drehen. Oder auch nicht. Los, Dad. Zeig uns, wie stark du bist. Ja, zeig uns deine Muskeln. Okay, festhalten. Ganz schnell. Oh. Oh. Jetzt bist du erledigt. Du wirst für alle deine untarten büßen, Schurke. Gib auf, Schwächling. So sieht's aus. Jetzt gibt's Schläge. Guter Treffer. Ich bin der Sieger. Pam. Schlag ihm den Kopf ab. Fatality. Okay, der hat keine Chance. Ja, Jason. Ja, gut. Das überlebt er nicht. Beweck dich. Mein Leben ist null. Essen ist fertig. Kommt ihr rein? Wir kommen hin. Hoffentlich schmeckt das auch. Ich laufe hier so ein bisschen rum. Wo ist der denn überhaupt? Ist der noch draußen? Warum ist Sean nicht am Tisch? Er ist sicher irgendwo im Haus. Oh, okay. Irgendwo im Haus. Er hat ihn komplett aus den Augen gerade verloren. Hm. Ist wahrscheinlich oben im Zimmer. Kann das Essen denn kalt werden? Das waren doch nicht mal fünf Minuten. Na, ist er doch. Sean? Was ist? Das ist Merlin. Er ist tot. Er ist tot und das ist alles meine Schuld. Aber nein, Sean. Es ist nicht deine Schuld. Ich würde alles tun, damit er wieder lebendig wird. Weißt du schon, manchmal müssen Dinge halt leider einfach passieren. Auch wenn man es nicht möchte. Das ist unfair, Dad. So unfair. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Oh. Oh, ich glaube, ich gucke mal eben nach Schulen für Sean. Passt du auf Jason auf? Es wird nicht lang dauern. Klar, na sicher. Wir bleiben hier. Was, Jason? Komm, Schatz. Was für eine Bilderbuch-Familie. Wo ist Jason? Da ist er doch. Oh, Jason. 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 Ich dachte jetzt, die eigentliche Mission wäre, mit dem Schuhentzieher ihm zu helfen, dass er in die Schuhe reinkommt. Und zwar ganz langsam, bevor wir ihm wehtun. Schrei lauter, dann hört er dich vielleicht. Ah. Jason, du darfst nicht einfach so weglaufen, weißt du? Hier drin sind zu viele Leute. Bitte, Dad, kann ich einen haben? Ich hätte so gerne einen. Bitte, Dad, komm. Okay. Wir kaufen einen Ballon. Cool. Hey, Großer. Wie heißt du? Jason. Welchen Ballon möchtest du, Jason? Äh, der rote. Bitteschön. Das macht dann 10 Euro. Halsabschneider. Das macht dann 2 Dollar, Sir. Jason, warte. Warte auf deinen Dad. Es ist wirklich voll hier. Dann bezahlen wir ihn schnell. Oh, ist jetzt auch nicht drin. Ja, er hat kein Geld dabei. Ja, und schon ist er weg. Es ist unmöglich, in dem Gedränge Schuhe anzuprobieren. Wo ist Jason? Er war gerade noch da. Ich habe ihm einen Ballon gekauft. Und jetzt ist er weg. Einfach weg? Was meinst du mit weg? Du bleibst hier. Ich hole ihn. Bin sofort zurück. Ja, Jason. Böser Jason. Zum Teufel ist er hingelaufen. Wir müssen uns orientieren. Roter Ballon. Das ist nicht gut. Warum kann er einfach nicht hören? Kinder. Jason. Da, roter Ballon. Holy shit, ich komme hier nicht durch. Schneller, schneller. Wahrscheinlich ist er das falsche Kind auch noch. Jason. Und zup, ist er weg. Fuck. Der rennt doch nie auf die Straße? Jason. 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 Wie zum Teufel ist das Kind? Jason. Da, roter Ballon. Jason. 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 Jason, mein Gott, hast du mich erschreckt? Noch ein roter Ballon. Immer schön Jason schreien. Oh Gott, warum so dramatisch? Wir sind ja auf die Strasse gerannt. Oh Gott, nein, 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 Jason, oh mein Gott, nein, nein, oh mein Gott, nein. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020